Do you wanna know it's secret to me? Do you wanna know it's secret to me? Das ist mein erstes Mal jetzt wichtig! Lassen wir so! Okay, was geht, Leute? Battlefield 4 live, mit dem wahrscheinlich B-Natsen im Lande, oder? Ja, ne, 50-50 50-50, okay, perfekt 50-50 So'n... So'n Ding zwischen Normal- und... Komplett Geist-Spinert und verrückten Wissenschaftler? Okay Ja, Mann, Alter Scheiße Wie ist die mehr, Walden? Ich hab' die noch nicht gezockt Ja, hab' ich die schon gezockt? Ja, hab' ich dich... Ne, hab' ich... Ne, ne Okay, von mir ist ein Feind, bist du das? Ich scheiß die Galt, ich kill ihn Das wäre geil, wenn du das wärst, Alter Alter, was war das denn für ein Spawn, bitte? Ich bin hinter drei Feinden gespawnt, Alter Ich bin auch... Du warst das, ne? Ich bin auch neben dir, glaub' ich, gespawnt Ich bin halt auch vor mir ist die ganze Armee, aber ich bin... Bist du'n Gegner... Ja, und du bist'n Gegner-Team Oh, Leute, wir hatten grad in der Lobby, wir wollten schon aufnehmen, wir hatten grad so'n krankes Ereignis Wir wollten immer, ähm, uns gegenseitig töten und abfacken Und wir haben uns immer gegenseitig getötet, Alter Mal gucken Wenn wir uns jetzt wieder gegenseitig töten, ich weiß nicht Ey, du bist bei 10, ne? Wo bin ich? Ne, ich bin bei B, Digga Fang trotzdem Hier, fang nochmal Ey, ich dachte schon, du wärst das Ich hab' mich schon wieder mit... Er hat zwei HP! Leck' mich am Arsch, Alter Leck' mein Arsch Alter, wie mich das abfuckt Warte mal... Ah, okay Was ist denn, Lehrling? Ja, wie diese Pisse, wenn du sie abhörst, hier Zwei HP, ne? Läuft Achso Es gibt eigentlich kaum gescharrte PDWs hier Abdallah fängt wieder an, hier mit Shotgun zu spielen, Alter Was mit dem los? Mit so komischen Autoshotgun, Alter Die hat mich schon... Sein Level 1, wusste ich Die wird mich noch aufregen, Alter Alter Ja, ich wurde gerade auch von so'n Genius gekillt Genius Er ist Portugiese, ich sag' nichts Ne, ich sag' nichts Ich sag' nichts Schlimmes Ereignis in Portugiesien Hä? Schlimmes Ereignis in Portugal Wurde es vergewaltigt Boah, da gibt's schon was Du weißt ja, manchmal werden die... Bekommen ja diese Hunde, also diese... Diese Streuner, ne? Ja Den werden ja beispielsweise Böllern an den Füßen angebunden Der Schwanz wird abgehackt Die Ohren werden abgeschnitten Und werden ja durchgenommen, ne? Und von wem? Von dir? Ne, das ist ja manchmal... Das machen die manchmal dort so Das ist bei denen ja Tradition Das ist bei mir auch passiert Er heißt Marco Mix Er heißt Marco Mix 360 Bist du der Hustlitcher da? Ne habe ich grad... Oh... 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 Oh mein Gott Verpiss dich, verpiss dich, verpiss dich, verpiss dich, verpiss dich Oh, dieser Eihass Place oder wie der auch heißen Ich weiß der... Mein Gott, der hat mich schon zweimal geführt Welche Klasse spielst du? Irgendeinen Bei welchen Deppen? Sturmsoldat sein Sar 21, ja? Feier die Waffe irgendwie, keine Ahnung Portugiese! Die saugt zwar manchmal ordentlich großen Penis, aber... Alter, wo kommt ihr alle her? Ich... ich... lieg da in der Ecke, ne? Ich... 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 hab da Angst vor meinem Leben Ich höre tausend Schritte Aber vorher ist eure ganze Versammlung da, Alter Findest du es nicht trauriger, dass du in der Ecke liegst? Ja, ich bin ja grad gestorben Ich hab mich ja versteckt Was würdest du machen, wenn da so... Irgendwelche... Tausendradikale Rüsten deine... deine Wohnung entstehen? Die Rechnung endlich bezahlen Ey, ich bin wieder gleich drauf Ich komm wieder, pass auf So, die Flage geht ein bisschen weiter runter Ich häng das Hakenkreuz auf Jetzt guck mal, was gleich passiert Was? Was? Da, kommt schon der Erste Da Hier, Marco Mix Das haust du, Alter Wer kommt der? Wer ist das? Nixer Chili Taka, Alter, ja! Herrlich, Alter Immer wieder schön mit dir zu spielen Es steht noch so'n deutschen Namen wie Tollwütig Jesus Schlapp oder sowas, Alter Nein, nein Wer fragt mich denn da an wie die letzte Missgeburt, Alter Ich krieg da immer Todesangst Ey, da jumpst du eben, Alter Junge, wärst du ja Das Beste immer noch und denkst du bist... Nein! Boah, Shamrock 1.000, Digga Oh, mit Shotgun! Mann, dieser flach wichsende Penis-Fußpilz-Fetisches, Alter Ich schwör's dir, ey Da, dieser, ähm, da spiel solche Wichse mit der DPA Das sieht aus wie ne AK Das ist aber ne Scheiß-Schwurz-Fund, also Ja, kannst schon auch Vollautomatisch unschätzen, also Geil, ne? Ja, freut mich Ich freu mich immer auf Shotguns, Alter Das ist immer... Das, wo ich mir denke, jawoll Die haben was drauf Du musst mal, ich hab, ich glaub, für welche war das? Genau, das war die, für die Saiger Ähm, hab ich das Sliperskop drauf gesetzt, andere Munition Ich hab jemanden aus 300 Metern Entfernung gekillt Snipe, ne? Wie, andere Munition, Alter Was soll das bitte für Munition sein? Du kannst die Munition ändern Also, beispielsweise gibt's ja verschiedene Schlag und diese... Ja, Junge, ich bin nicht neu im Wettelfield Ich frag dich ja nur Double Multikill Double Multikill, ja Curryman Du Lehrling, Alter Seid ihr das selten? Curryman Oh, stirb doch, Alter Wer los mit dir? Oh, hier liegt die OP-Sniper, oder? Jawoll Birst du mir gleich aushändig, mein Freund Ich hab mich seine Kameraden hier mit der... Wer seid ihr Lehrlinge denn? Ja, ich versuch's auch die ganze Zeit zu finden, da hab ich mir von irgendwelchen Wichsern gebacksteppt Gewas? Ich werd die ganze Zeit geneift, so sieht's aus Sorry, ich rede nur Deutsch, Alter Na, immer diese Amerikaner, Alter Was soll ich nehmen? Ähm, ja, das ist gut, das ist gut, das ist gut Geht, beide mal Sag mal so, wir treffen uns nicht bei EB, okay? Also ab zu C? Ja Okay Das sind Videoüberwachungen von nem Schiff Ja, geil Habt ihr A was, du? Man hat hier so ein, ähm, sag mal, das ist ja so ein Krankenhaus Dich wird ja Krebs-Operation scheißdricks gemacht, ne? Wenn du die Maschinen anguckst, ja? So, das sind Videoüberwachungen von nem Boot am Arsch der Welt Ja Könnte doch wichtig werden Wirklich, wenn Nigger hier bei mir im Krankenhaus einbrechen, wenn ich auch wüsste, was auf eurem Boot passiert Wenn ein was? Ja, guck dir das, ähm Bist du bei C? Oh, Abdala, du Fotze mit deiner scheiß Claimor, Alter Komm einfach zu 10, okay? Man! Man! Schott kann Boah, ich krasse gleich meinen Sack, wenn das so weitergeht, ey, ich schwör's dir, Alter Ich werd revived und dann kommt der mit seiner Mini-Granate, Alter Weil er sich große nicht leisten kann Und tötet mich direkt nochmal, ohne Witz, Alter Ich dreh durch, ey, diese armen Schlucker von euch, ey Wenn du an nem Busch hier vorbeilaufst, sind mir grad viele Vögel aus da rausgesprungen Ich hab in RPG-Ankuchen irgendwo hingeschossen Vögel, ja, Raben, um genau zu sein Aber weißt du, was das Raben sind? Weiß ich, von Schwarz Nee Du elendiger Headglitcher Boah, wie du spielst, Alter Du gehörst so vergraben, Koppel, ne? Ich schwör's, du gehörst ins Fegefeuer, wie du grad gespielt hast Und wie gefällt dir mein neues Emblem? Besser als... Besser als mein verwischtes Dye, oder? Das ist My Little Pony, ne? Ja Alter, hat das geschielt, oder bin ich behindert? Ja, es hat geschielt Das ist doch besser als mein verwischtes Dye, oder? Jawohl, das musst du drin lassen, ne? Ja, hab ich auch schon an ein oder anderen Wager gehört War's in den C ein Boah, ich dreh ruhig, Alter Ach, aber wo vercampst du dich? Wo ich mich vercampe? Ich lauf ganz halt durch die Map Zigeunnen, wo bist du eigentlich welcher? Ich hab'n 6 zu... Wie viele da sein sind, Alter Wie viele da sein sind? Ja, zwei jetzt, Alter Wie schon gesagt, wenn die radikalische Rüste in dein Haus stirbt, der Chaos um sich ballern kannst du nicht richtig denken Okay Immer das gleiche Gebäude kommt, ihr Maden, Alter Ich überwache die Treppe, ja? Was passiert? Ihr kommt trotzdem reingestillt, ich kann nichts machen, scheiße Oh Gott Chill die Takten Ich werde vor drei Leuten gekillt, ganz ehrlich Boah, wie ihr spielt, ich brauche gleich 5 Packungen Viagra oder Aspirin, Alter, ohne Witz, ey Ich dreh durch, Mann Ach, Koppel Ey, habt ihr euch verloren, ne? Wollte ich dich nochmal drauf hinweisen? Ja, so wie immer Ey, ich bin aber wie der größte Lappen, ne? Eigentlich will ich das keinem zumuten Aber ich habe gerade erst angefangen, PS4 zu fangen und Battlefield 4 einfach Ich nehme mir das nicht übel, Lehrlinge Ja, sicher Was? Er wirft ne Granate gegen mich, gegen meinen Schädel Oh Gott, er kommt bitte NCS Okay, was ist das für ne Waffe? Ja, und das mit der scharfen Klasse, Alter Weißt du was? Ne Fick ich die Knie, Alter Was hast du gemacht? Du bist jetzt gequittet? Ne Ich wollte schon sagen, Alter Was ist denn los mit dir, Lehrling? Koppel Komm her, bleib still, du Fickse Das gibt es doch nicht, der hat mich schon viermal getötet Ich krieg den, den, das, die, jenes nicht einfach down, Alter Ich werde gerade auch die ganze Richtig Ecke weggeholt, Alter Weißt du, grad, grad Liebe ist ja halbwegs, ne? Halbwegs Ich hab ein 8 zu 10 jetzt Ich spiele wie der letzte Zigeuner Ohne Witz, als hätte ich noch nie einen Controller in der Hand gehabt Ach, ey, Lehrling, Alter Was soll das hier darstellen, Alter? Oh, warte, war da einer Pff, ja, wenn, wenn ich dich nicht kriegen kann, dann sprengt er gleich mit RPG die halbe Wand hier weg, so muss es laufen, ne? Ich hab jetzt ernsthaft Schaden von dieser Mini-Nate bekommen Wie hinterfotzig die Granate ist Oh, warte Da ist doch einer Was, OPS, fuck, eigentlich Wer? Die Mini-Granate Ja, Claymore Ja, Claymore Fäden sprießen auch überall hin wie Maden ausm Arsch, Alter Wir sprießen Maden ausm Arsch? Ja, ist doch so Guck, die fäden überall, ne? Ja Du berierst sie nicht, sondern, ja, die riechen dich, Alter Scheiß Hunde Brauch wieder hier Läuft bei mir Joa, Koppel Was sagst du denn noch so als Schlusswort, dass du verloren hast? Erzähl dem Volke was Rat mal, wer mich nicht gekillt hat Ich? Wolltest du nicht was sagen? Nee Für deine bittere Niederlage, nein? Ja, du bist so ein Wichser, Alter Die ganze Kopies verliere, die mich hier nachjoine Okay, Leute, das war Battlefield Live mit dem Hurensohn schlechthin Stimmst du wieder zu? Ja, auf jeden Fall, ne Okay Aber alles nur deine Schuld Okay Ciao Kein Ciao von dir? Asi Ja Auf geht's Ja Na Ja Na